Wir sind einfach mal an. Hast du ein Tesseract? Du kannst ja testen. Dein Test. Ja, mach mal. Dann verständlich mach ich außerhalb der Aufnahme. Ähm, ist Subsidia und das fertig, oder? Ja, meine Önta. Oh, danke. Jetzt fehlen mir wieder Dias. Äh, kaum zu glauben, mir fehlen die Dias. Haben doch zwei Stacks Dias. Ja, ich geh auch heute Abend nur mehr fahren, ich weiß. Ne, einen brauche ich noch. Äh, Wurzel? Ja. Weißt du eigentlich noch eine gute Art Dias weiterzuverarbeiten? Außer, ähm, draufknöppeln mit der Spitzsacke. Wenn du die in den... ...das Ding von Rotary Craft schmeißt. Ja, okay, den haben wir noch nicht. Da kriegst du dann fünf Flakes raus und ich glaub diese Flakes, die kannst du einfach zum Diamanten schmelzen. Okay. Das klingt nach einem guten Verhältnis. Äh, Christian? Ja? Kannst du mir gerade hier oben Robert zuwerfen? Was? Robert zuwerfen. Robert, ja klar. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Jo. Er ist... Oh, zum Glück. Er ist fertig, der Digital Miner. So, stellen wir uns mal Probeweise hier oben auf. Wie wir mal sehen, Russes Gerät. So, wenn wir reinschauen, hm, viele Anzeigen. Braucht Strom. Strom haben wir. Ja. Und das? Oh. Wie? Ich weiß jetzt nicht still, meiner steht aber Dosch ist weg. Wo war denn der Kerl? Außen? Ja. Ich komm mir grad ein bisschen verarscht vor, aber nur so ein bisschen. Ich töte grad noch den anderen Creeper. Er ist ins Loch geplumpst. Achja, so langsam holst du mich denn mit den Toten auf? Leider. Ja, endlich. Geht er denn schön, meint er noch? Oh, ja, wenigstens der. Ich reparier mal grad hier das Loch. So, Quasi wird uns dann vielleicht mal erklären, wie der Digital Miner funktioniert, weil ich hab da nicht so die allergroße Ahnung von. Und ich hab mich damit voll beschäftigt. Und ich steh noch ein bisschen unter Schock. Kann ich auch nicht verstehen. Alter, ich hab mich aber grad erschrocken. Ihr hättet grad mal ein Gesicht sehen müssen. Ich stand da, glaub ich, schon fünf Minuten circa mit offenem Mund da. Fünf Minuten? Gefühlt. Ah. Ah. Jeder Block muss ja noch weg. Immer mal hier hin. Aber es ist mir irgendwie klar, dass sowas noch passieren muss. Kommst du? Ja. Ja. Digital Miner. Ein riesen Gerät, aber sehr simpel. Eigentlich. Also wenn wir Rechtsklick drauf machen, sehen wir oben rechts die Energie. Die ist jetzt schon aufgefüllt, weil der Robert Energie hatte. Das müssen wir auch erstmal wissen. Okay. Auf jeden Fall. Oben kommt die Energiezelle rein. Dann in das Feld darunter kommt der Block rein, durch was das gemeinte ersetzt werden soll. Dann die verschiedenen Buttons. Reset, um den ganzen Miner nach einer Mine-Tour zu resetten. Auto-Eject. Das bedeutet, er wirft die Items aus. Und das fallen wir hier nicht? Äh, Silk Touch, klar. Ich glaub, das weiß jeder, was das heißt. Ja. Und dann noch Auto-Pull. Das bedeutet, er holt die Items von oben, von diesem Loch hier oben, holt er die Items nach, die er ersetzen soll. Also, wenn jetzt alle Items durch Couple ersetzt werden sollen, dann muss oben eine Pipe oder ein Barrel drauf, wo Couple drin ist. Und das war's dann. Und hinten kommt das Auto-Inject raus. Also, da werden die Items ausgegeben, wenn er welche gemeint hat. Dann kommen wir mal zur Config. So. Config. Ist erstmal viel. Beim Radius, muss der Radius eingegeben werden. Ganz wichtig ist, ähm, es geht vom mittleren Block aus. Der Miner ist dreimal, dreimal zwei Blöcke. Und es geht vom mittleren Block aus. Der mittlere Block zählt selber nicht dazu, erst der nächste. Und dann geht's in beide Richten, äh, in alle vier Richtungen, geht's in der Anzahl, in der der Radius eingegeben ist. Das ist dann ein Rechteck, kein Kreis. Okay. Dann die Min und die Max. Die Minhöhe, also wo er anfangen soll, oder anfangen oder aufhören soll. Und die Maxhöhe, wo er anfangen oder aufhören soll. Es ist auch relativ vielleicht, äh, verständlich. Ja, so steht jetzt eigentlich gar nicht. Dann, Item Stack. Äh, wenn man da drauf drückt, kommt erstmal New Item Filter. Dann wirft man da oben ein Item hinein. Jetzt nehme ich einfach mal Obsidian. Dann drückt man auf Speichern. Dann sieht man, es ist ein Item Filter dafür drin. Dann meint er jetzt nur Obsidian. In dem, in dem, in dem ganzen, in dem ganzen Block, äh, von einem Radius mit 10. Also, äh, in einem Feld, 21x21, die ganze Höhe vom Junk, also von dem ganzen Konstrukt, meint er jetzt nur Obsidian. Mhm. Aber das wollen wir nicht, deswegen entferne ich es jetzt mal wieder. Und beim OR Dictionary, kann man, ähm, eingeben, was er Minen soll. Also, man kann zum Beispiel... Dirt. Ich hoffe, es funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Ich setz' einmal 4LD rein, ne? Hm. Ich probier' mal Gold OR. Ja, Gold OR geht. Wird bei mir auch nicht angezeigt. Warte. Na. Komisch. Aber, ähm, man versteht's halt. Also, äh, da schreibt man einfach rein, was man haben will. Iron. Was, was ich blöd finde, es geht das Leerzeichen nicht. Weil manche Erze mit Leerzeichen geschrieben sind. Bei mir werden die Erze überhaupt nicht angezeigt. Ja, aber bei mir auch nicht. Ist das ein Nahtzeige, wozu weißt du das? Oder... Keine Ahnung. Hat mich mit dem Ding nicht beschäftigt. Also, ich hab' die, ich hab' mehrere Tutorials geschaut und da konnte man, ähm, alles mit Leerzeichen schreiben auch. Und das geht hier eben nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das geht. Wir machen... Wir müssen das halt dann jetzt über die Items deck machen. Okay. Okay. Leider. Also, brauchen wir quasi jedes Erz einmal? Ja. Ja. Was wir haben wollen. Ja. 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 Hab' ich gesagt. Okay. Warte mal kurz. Ich brauch' Kabel. Wo bist du? Bin oben, weil ich Kabel brauch'. Ganz unten bin ich jetzt. Also, wenn wir hier jetzt ein Kabel haben und das hier verbinden, solltest du es auch richtig machen, dann sollte es Energie bekommen. Ja. Der ist jetzt auch schon voll. Ja. Der ist voll, aber er sollte Energie bekommen, wenn... wenn er was minern soll. Ich tu jetzt schon mal so... Hm? Stellen wir es doch mal ein, oder? Ja. Ich stell' schon mal ein paar Erze ein. Hab' schon mal welche im Inventar. Certo Squads. Oh. Welche Höhe sollen wir machen? Mache ich einfach bis zur Höhe von dem aktuellen Berg. Weil im Berg können ja auch Erze stecken. Okay, die ist 140. Wie sieht das jetzt aus? Wenn die Einstellungen danach gelöscht oder was? Äh, wenn du resetest, dann ja. Und müssen wir den resetten? Ja, wenn er fertig ist, ja. Oh, ist ja blöd. Ist leider so. Also, wir meinen jetzt eine Größe von 65 x 65 x 140. Das gibt was. Ich werde schon gerade quasi jedes Herz einmal im Invent nehmen. Tschüss Putze. Ich muss noch klein neu starten. Na, schon wieder. Ja, irgendwie ab und zu funktioniert. Ja. Der Kleider nicht mehr. Also, was ich hier jetzt noch nebenbei gemacht habe. Ich habe die Heat Generator verbunden mit einem Fluid Conduit. Und dieses Fluid Conduit ist an einen Endertank angeschlossen, der uns freundlicherweise von Frivolo mit Lava befüllt wird. Also, das ist der Gemeinschafts-Lava-Tank. Und diese Lava wird jetzt in die Heat Generatoren gegeben und dadurch geben die jetzt 160 Kilo Joule aus. Aber ausgeben tun sie wirklich nur 360, weil der Output nur 360 Kilo Joule pro Tick ist. Also, die generieren mehr als ausgeben können. Was brauchst du noch an Erzen? Äh... Ich schau mal kurz drüber, ob ich schon was vergessen habe. Äh... Also, das dürfte... ...Pierrohr sein, Kupfer... ...Pitch... ...Beros... ...Volt... ...Bin... ...Silver... ...Lit... ...Oxid... ...Kohle... ...Ja, was ist denn das Blau-Weiße oder das... ...Liter-Weiße? Warte... Wo ist das? Anja, ein Barrel. Es ist... ...unter... ...Ehm... ...Osmium. Äh... ...Das ist Galena. Ja. Ja, Galena. Osmium Eisen... ...Dann noch die... ...Aaah... ...Ich weiß was fehlt. ...Redstone. Das, wo wir überhaupt danach suchen. Wo wir überhaupt noch nicht genug haben. Nein. Äh... ...Es fehlt auch noch... ...ähm... ...einiges andere. Und was? Indium... ...Aluminium... ...Stimmt. Trink's einfach mal mit. Ja. Äh... ...Apetit? Kann man, aber haben wir eigentlich genug erstmal. Einfach mal mitnehmen. Haben wir eigentlich noch ein Lapis-Erz? Lapis... ...Erz... ...Nee, Lapis-Erz haben wir nicht mehr. Wotste, habt ihr noch irgendein Erz über... ...Lapis-Erz? Weißt du das? Äh... ...Wang sein, kann sein. Geht auch einfach unten mal in die Mine. Da muss sicherlich noch irgendwas rumliegen. Ah. Seid ihr da nicht so sicher. Auf meinen Farm-Tone war das... ...habe ich Lapis am seltensten gefunden.